Willkommen zurück auf potier.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schöne Drohnenaufnahmen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Promoting, Analyse und der Verwaltung deiner Filme auf YouTube befassen. Lass uns doch gleich loslegen. Hast du die bisherigen Folgen verpasst? Dann klicke doch hier oben rechts auf den Link für den Start mit Teil 1, damit dir nichts entgeht. Ich werde euch in diesem Film einfach nur zur visuellen Unterhaltung ein Timelapse immer wieder zeigen oder verschiedene Timelapse, weil in diesem Thema hier gibt es extrem viel zu sagen, aber sehr wenig zu zeigen. Punkt 1 Promoting Viele von euch denken, nach dem Upload auf YouTube, der ganzen Arbeit mit Titel und Description generieren, Tags suchen, anständige Thumbnails erstellen, wie ich es euch im vorherigen Film gezeigt habe, sei nun der Drops gelutscht. Dem ist aber eben nicht so. Schaut doch mal in euren Analytics unter Reichweite bei der Orten von Zugriffsquellen, woher das die Zugriffe kommen. Da kommt, wenn es hochkommt, ein Drittel von der YouTube-Suche. Und das auch nur, wenn ihr all meine Tipps und Tricks in den vorherigen Videos richtig umgesetzt habt. Mehr zu der Verwendung der Analytics aber noch später in diesem Film. Also zurück zum Thema Promoting. Es hat sich leider herausgestellt, dass YouTube kein Selbstläufer ist. Das werden die meisten von euch schon gemerkt haben. Leider ist es aber auch so, dass zum Beispiel ein Video-Promoting auf Instagram oder auf Twitter oder auf Vimeo oder Xing oder LinkedIn nicht wirklich einen durchschlagenden Erfolg zeigen. Die einzige Social-Media-Plattform, die meiner Erfahrung nach einigermassen etwas bringen kann, ist Facebook. Aber auch hier bringt es nichts, wenn ihr eure Videos nur im Freundeskreis promotet. Das ist eine endliche Zahl, euer Freundeskreis. Ihr müsst da grösser denken. Es geht ähnlich wie bei einem Business. Man baut nie ein Business auf Kollegen- und Verwandtenbasis auf. Sucht auf Facebook nach Gruppen, in denen ihr euer Content promoten könnt. Wenn ihr zum Beispiel Drohnenpilot seid, dann gibt es da unzählige Gruppen. Oder wenn ihr mit einer GoPro unterwegs seid, dann gibt es auch unzählige Gruppen. Wenn ihr eine Fotografie-Spezialität habt, zum Beispiel die Aufnahme von Timelapse, selbst für das gibt es eigene Facebook-Gruppen. In die müsst ihr reinkommen. Aber ein Problem gibt es bei diesen Facebook-Gruppen häufig. Sehr viele Gruppen erlauben keine direkte Verlinkung eines YouTube-Videos. Die wollen, dass ihr das Video direkt auf Facebook hochladet. Ihr könnt euch jetzt aber vorstellen, wenn ihr in 15 solchen Gruppen drin seid, dann seid ihr den halben Tag damit beschäftigt, das Video hochzuladen. Ganz abgesehen davon, die Qualität ist unter jeder Sau. Bei Facebook, die Qualität aus Performance-Gründen so runterschraubt, da reden wir nicht mal mehr von HD, da reden wir noch knapp von Standard-Qualität. Und ein weiterer Punkt ist, ihr klickt auf YouTube keine Views. Das zählt auf YouTube nicht. Ihr werdet so nie in den Bereich kommen mit einer Monetarisierung. Ihr kriegt auch keine Abonnenten auf YouTube, weil der User schaut sich ja das Video auf Facebook an. Und damit geht ihr leer aus. Deshalb mein Ratschlag für euch. Meidet solche Gruppen. Häufig ist es auch in der Description nicht unbedingt erwähnt, dass man das nicht machen darf. Aber wenn nach dem ersten Video dann die Meldung kommt vom Admin, euer Beitrag sei geblockt, dann löscht die Gruppen aus eurem Hirn, weil die bringen euch genau gar nichts. Punkt 2. Planung ist das halbe Leben. Wenn ihr dann diese Facebook-Gruppen gefunden habt, dann werdet ihr recht schnell merken, dass ihr nicht mehr im Griff habt, welchen Content ihr in welcher Gruppe wann publiziert habt. Deshalb habe ich mir in Excel eine Tabelle aufgebaut, mit der ich einigermassen die Übersicht behalten kann. Ich habe die ein bisschen zurechtgeschnitten. Ich will euch ja schliesslich nicht die ganze Arbeit abnehmen. Aber die Tabelle ist wie folgt aufgebaut. Auf der linken Seite in der Spalte A habe ich die Videotitel und das Upload-Datum. Oben in der Zeile 1 habe ich die Gruppen drin, also die Facebook-Gruppen, wie die heissen. Und darunter habe ich auch gleich die Anzahl Gruppenmitglieder, damit man die Relevanz besser abschätzen kann. Jetzt mache ich mir hier einfach eine Planung, in welcher Gruppe ich an welchem Datum welchen Film publiziere. Es ist natürlich teilweise dann auch noch relevant, dass das Publizierungsdatum, ob jetzt das eine europäische oder eine amerikanische oder eine asiatische Gruppe ist. Weil mit 8 Stunden Zeitverschiebung, ja, da bringt euch das nichts, wenn ihr nach Schweizer Zeit morgens um 8 ein Video publiziert und in Amerika eure Hauptzielgruppe ist es jetzt Mitternacht. Wer schaut jetzt noch YouTube? Zu diesem Thema werde ich auch später beim Punkt Analyse noch eingehen, wie ihr es anstellen könnt, um herauszufinden, wann eure besten Zeiten sind, und wann, dass ihr am meisten Leute auf dem Kanal habt, die eure Videos anschauen. Wie ihr das hier dann handelt in der Tabelle, das ist euch überlassen. Einerseits könnt ihr natürlich kreuz und quer die Videos mischen, in jeder Gruppe ein anderes Video promoten. Dann werdet ihr aber in den YouTube Analytics abgestraft bei der Bewertung, beim Ranking eures neuesten Videos, weil da für das Ranking ist es wichtig, wie viele Klicks und Views und Comments ihr in den ersten ein bis zwei Tagen habt. Und wenn ihr natürlich jetzt heute ein Video publiziert und das erst in drei Wochen in einer Gruppe promotet, dann ist es für das Ranking natürlich nicht mehr relevant. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sehr YouTube sich auf dieses Ranking stützt. Es kann durchaus sein, dass eine niedrigere Klickzahl und damit ein schlechteres Ranking einen Einfluss darauf haben, wie oft YouTube dann neuere Videos von euch, die ihr im Nachhinein uploadet, den Usern auf der Intro-Seite anzeigt. Ob das aber wirklich einen Einfluss hat, da lässt sich YouTube nicht in die Karten blicken. Punkt 3 Ein Ding, das du auf YouTube nie, nie, nie machen solltest. Etwas, was immer wieder auftaucht auf YouTube, ist das direkte Erwähnen in den Kommentaren. Hey, tolles Video, ich habe dich abonniert, abonniert mich doch auch. Das geht unter Soup4Soup. Und da ist YouTube regellos. Das löscht gleich die Kommentare. Das löscht euch den Subscriber. Das ist auch der Grund, warum es immer wieder Situationen gibt, da schaut ihr heute auf euren Kanal, habt 250 Abonnenten, morgen, zack, habt ihr nur noch 240 Abonnenten. Das kommt genau von solchen Sachen. YouTube hat hier eine sehr hohe Intelligenz dahinter, was wirklich quasi Soup4Soup ist, oder was eben wirklich ein Besucher ist, der euer Video geschaut hat, der das wirklich auch toll fand. Darum erwähnt nie in den Kommentaren irgendwas, was nach Soup4Soup aussieht. Einige nennen das auch Abo für Abo, oder eine Hand wäscht die andere. YouTuber helfen YouTuben. Sobald YouTube das rausfindet, löscht es die gleich wieder raus. Diese Aussage bezieht sich auf YouTube-Kommentare. Punkt 4. TubeBuddy als unterstützendes Tool Es gibt einige Tools, die aktive YouTuber unterstützen können. Viele davon sind auch irgendwo in einer Weise kostenpflichtig. Ich habe mir einige angeschaut und habe mich für die Nutzung von TubeBuddy entschieden. TubeBuddy gibt es einerseits als App, aber auch als Add-on in eurem Browser. Ich zeige euch das jetzt hier mal auf meinem Mobile. Es gibt die Intro-Seite, auf der ihr immer gleich wieder aktuell, wenn ihr drauf geht, dann seht, wie viele neue Abonnenten sind dazu gekommen, wie viele Klicks hat euer Video. Ich habe es hier eingestellt, dass ich nur die Veröffentlichten sehe. Ihr seht jetzt da, dieses Video hatte seitdem ich das letzte Mal TubeBuddy offen hatte, 30 zusätzliche Views gekommen. Da seht ihr, ihr seht nicht alle Videos. Irgendwo ist die Ansicht limitiert. Ihr könnt dann umschalten, ihr könnt direkt hier die Kommentare ansehen. Ich finde allerdings das Beantworten der Kommentare hier drin nicht so wahnsinnig user-friendly. Gut, ich kommentiere das sowieso am liebsten am PC. Dann habt ihr ein Tab, das heisst Milestones. Hier seht ihr, was ihr schon erreicht habt. Ihr seht, wie viele Subscribers ihr habt, wie viele Views ihr gesamthaft habt, wie viele Videos ihr hochgeladen habt und ihr seht das auch gleich im Zeitstrang. Also es geht da bis ganz zurück, als ich da mit TubeBuddy angefangen habe. Dann gibt es hier noch irgendwelche News von TubeBuddy. Die sind eigentlich für mich nie relevant. Da fliege ich höchstens über die Titel drüber. Habe noch nie was wirklich Relevantes gefunden. Und dann habt ihr noch das Kernstück eigentlich von TubeBuddy, den Tab Explorer und all die Features, die eigentlich TubeBuddy erst interessant machen. Grundsätzlich will euch TubeBuddy dabei helfen, zum Beispiel einfacher Tags zu finden für eure Filme, einfacher passende Titel zu finden. Ihr könnt Taglists dann im Browser erstellen und quasi jedes Mal, wenn ihr wieder ein passender Tag fängt für ein Thema, könnt ihr den dort wieder einfügen. Das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Ich habe jetzt in der Suche auf YouTube mal eingegeben, Las Vegas Rome Flight. Er sagt mir dann auf der rechten Seite im Search Explorer gleich direkt, wie TubeBuddy diesen Suchbegriff bewertet. Ob, wie das Suchvolumen ist, ob da viel danach gesucht wird und unten dran bei Competition, wie quasi der Wettbewerb ist, wie viele Videos, dass es gibt mit diesem Begriff. Er gibt dann auch noch ein Overall Ranking. Das ist auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, wie TubeBuddy selbst das bewertet, diesen Suchbegriff. Direkt unten dran beim Common Video Tags seht ihr einzelne Vorschläge, die TubeBuddy jetzt macht, anhand von meinem Suchbegriff, bei dem TubeBuddy der Meinung ist, das könnte ein passender Tag sein. Und ihr seht zuunterst, ihr könnt den ins Clipboard kopieren oder aber, ihr könnt auch auf dem Pfeil nebendran klicken und dann könnt ihr direkt im TubeBuddy Add-on eine eigene Liste machen, welche ihr dann auch, wenn ihr euer Video veröffentlicht, direkt dort wieder importieren könnt. Es erscheint dann unter den Tags eine Fläche mit Import und wenn ihr dort drauf klickt, kommt die dann in so eine Maske rein, bei der ihr dann all eurer gesammelten Werke mit einem Klick importieren könnt. Beim Veröffentlichen eures Videos macht ihr euch weiter unten, unterhalb der Tags, noch Vorschläge. Leider, und das ist wirklich das, was ich sagen muss, da kannst du TubeBuddy leider nicht wirklich einsetzen, was deutsche Texte angeht und deutsche Tags mit Suchbegriffen, da ist TubeBuddy definitiv nicht der Beste auf dem Markt. Ihr seht jetzt hier zwei Beispiele, die ich euch da reingescreenshottet habe. Das Video ist ein Timelapse mit einer normalen Description und da kommt teilweise völliger Homebook daher. Und was bringen euch englische Tags, wenn ihr in eurem Analytics seht, dass eure Besucher mehrheitlich deutschsprachig sind? Ich zeige euch das gleich unter Punkt 5, wo ihr das findet. Punkt 5 Analytics. Was siehst du daraus? Der erste Punkt, den ich bei Analytics regelmässig kontrolliert habe, zumindest am Anfangsstadium meiner aktiven YouTube-Zeit, das sind die Echtzeitdaten, der Views, welches ihr in der Analytics rechts am Rand seht. Ich habe euch unter Punkt 2 meine Planungstabelle gezeigt und viele kleine YouTuber, die sich hoffentlich dieses Video anschauen, werden bei sich in den Analytics diese Meldung hier oder die ähnlichen Meldungen hier schon zur Genüge kennen. Danke YouTube, uns bringt das so nämlich genau gar nichts. Weil gerade für neue und kleine YouTuber wäre es ja gerade relevant zu wissen, wann sie am meisten Views haben, wann ihre Follower die Videos anschauen. Aber es gibt eine relativ einfache Methode, wie ihr das selbst herausfinden könnt. Eben genau über die Echtzeitdaten der YouTube-Überwachung. Dort werden nämlich die Werte angezeigt, der stundenweise der letzten 48 Stunden. Und wenn ihr das jetzt clever anstellt und ganz gezielt mal für, sage ich jetzt mal, vielleicht 5 bis 10 Filme euch in der Planungstabelle das so eintragt, dass ihr nie den gleichen Film am gleichen Tag in einer anderen Gruppe auch noch promotet, dann kriegt ihr bitte den Analytics, die YouTube liefert, nämlich Wert heraus, wann welcher Film wie häufig geklickt wird. Auf Facebook beliebt sind ja zum Beispiel so Gruppen Du bist von was auch immer welcher Ortschaft. Und da habe ich effektiv den Test aufs Exempel gemacht. Da kannst du um 10 Uhr morgens ein Video promoten. Am Anfang hast du vielleicht so ein, zwei Klicks und dann gibt es einen sprunghaften Anstieg über Mittag. Am Nachmittag läuft wieder praktisch nichts und dann gegen Feierabend so ab 5 Uhr schnellen dann die Klicks wieder in die Höhe. Und wenn du das da schlau machst, nicht gerade jeden Tag irgendwo Videos promotest, sondern dir da wirklich Zeit lässt, also ich promote manchmal auch nur einmal pro Woche ein Video in eine Gruppe, dann kannst du das bei der genauen Verfolgung dieser Echtzeitdaten auf YouTube kannst du das rausfinden. Aber du musst dir die Werte regelmässig rausschreiben. Es ist mit Arbeit verbunden, aber ich zeige euch hier jetzt mal meine Tabelle, das ist quasi meine Echtzeit Überwachungstabelle, mit der ich dann über Wochen hinweg rausgefunden habe, wann das für mich die beste Zeit ist, ein Video hochzuladen. Und das ist bei mir hier in der Schweiz nun mal eben kurz nach Feierabend irgendwo kurz vor 6 Uhr. Deshalb wähle ich meistens als Zeitpunkt für die Veröffentlichung Viertel vor 6. Ihr dürft euch von meiner Tabelle hier nicht fehlleiten lassen. Hinten beim Total die roten Zahlen, das sind Sammelbuchungen quasi. Ihr seht ganz zuvor des Links, da sind mehrere Stunden zusammengefasst. Deshalb hat es da zum Beispiel zwischen 10 und 12 habe ich 1100 Klicks, ja, in 2 Stunden, das heisst, ich bin bei 500. Und wenn ich dann am Abend schaue mit 730, 790, da bin ich am Abend definitiv besser bedient. das Spiel geht aber noch weiter. Wenn ihr euch in der Echtzeitüberwachung einzelne Videos anschaut, ich habe jetzt hier das Beispiel von meiner Fitness-Uhr, das Unboxing, dann seht ihr dort auch, wie viele Klicks das ihr da gekriegt habt. Und wenn ihr das hier jetzt ganz gezielt kombiniert mit dem Promoting in einer einzelnen Facebook-Gruppe findet ihr so raus, ob es überhaupt Sinn macht für euch in dieser Facebook-Gruppe, das Video noch zu promoten. Weil, was bringt es euch, wenn ihr eine Facebook-Gruppe habt mit 33'000 Mitgliedern? Ihr promotet dort mal 2-3 Videos in einem Abstand von je einer Woche und müsst dann hier im Analytics feststellen, dass 3 Leute euer Video angeschaut haben. Ja, dann müsst ihr euch schon die Frage stellen, ob das euch das noch wert ist, ob das Sinn macht. Ganz abgesehen davon, dass die 3 Leute, die das Video angeschaut haben, ja auch solche sein könnten, die einfach über die YouTube-Suche über euer Video gestolpert sind. Ein weiterer Punkt, den ich euch schon unter Punkt 4 angedeutet habe, ist das Thema Herkunft eurer Besuche. Ihr seht jetzt hier, das ist jetzt bei mir, mein Beispiel, der Grossteil meiner Views kommt aus der Schweiz und aus Deutschland. Nur sehr wenige kommen aus den Staaten, aus Asien und so, seht ihr, ist nicht mal messbar bei meinen Videos in den letzten 28 Tagen. da ist es dann schon auch die Frage, einerseits, seht ihr jetzt hier, also auch wenn ich weiss nicht, wie viele Videos in englischsprachigen Gruppen promote, anscheinend die Rückmeldung scheint da relativ gering zu sein und ihr könnt jetzt daraus aber auch ableiten, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Unboxing macht oder irgendwo ein Lernvideo, was auch immer, bei einer View, bei einem View-Anteil von 0,9% müsst ihr euch dann schon überlegen, will ich für mein Video einen englischen Untertitel machen oder nicht. Wer mal einmal einen Untertitel gemacht hat für ein Video, der weiss, wie viele Stunden Arbeit da teilweise dahinter steckt und für 0,9%, da muss man sich dann schon die Frage stellen, bringt es das? Eine weitere lustige Zahlenspielerei sind die Impressionen. Unter Impressionen versteht YouTube die Anzahl Videos, die es Besuchen von YouTube angezeigt hat und der User dann auch geklickt hat. Ihr seht jetzt hier, bei 23.500 Filmen habe ich eine Klickrate von 5,8%, was nicht mal so grottenschlecht ist, was wiederum daraus aus dieser Prozentrate eine Klickrate gibt von 1.356 Videos. Davon haben die User durchschnittlich 2 Minuten und 9 Sekunden angeschaut. Ergibt als Total in diesen 28 Tagen nur aus den Impressionen eine Viewtime von knapp 49 Stunden. Das ist jetzt nicht berauschend, aber die Klickrate von 5,8%, wenn ich andere YouTube-Videos so anschaue, die da zum Beispiel bei Soget YouTube sich dem Thema annehmen, dann ist 5,8% gar nicht mal wirklich so schlecht. Das kann sich eigentlich sehen lassen. Und hier geht es natürlich ganz klar nach dem Motto, je mehr ihr Videos hochladet und promotet und das bewerbt, umso mehr Impressionen kriegt ihr. Also wenn ihr nur ein Video pro Monat hochladt, dann werden eure Impressionen viel tiefer sein. Man könnte sicherlich noch Stunden über die YouTube-Analytics diskutieren, aber irgendwo ist hier mal Feierabend. Ein letzter Shot, den ich euch da zeigen will, ist die Wiedergabezeit von Abonnenten. Ich war am Anfang geschockt, weil das zeigt euch mal, wie viele User euer Video nur anschauen, aber es nicht abonnieren. ich habe jetzt angefangen mit auch so abonniert mich doch Einforderungen und so reinzubringen, kann jetzt da noch nicht wahnsinnig eine Steigerung feststellen, aber versteift euch da nicht nur auf Abonnenten, der Hauptteil und das müsst ihr ja bei euch in der Analytik selbst nachschauen. Der Hauptteil eurer Views kommt einfach vom normalen YouTube-User, der euch gar nicht abonnieren will, sondern der einfach irgend nach etwas sucht. Nice to know Wer sich diese Videoserie anschaut, dem glaube ich die Aussage nicht mehr. Ich mache das nur zum Spass. Du bist auf dem Weg mit YouTube irgendwann mal Geld zu verdienen und das ist auch gut so, auch wenn es bis dahin ein langer, steiniger Weg ist und wir werden vermutlich nie mit YouTube unseren Lebensunterhalt bestreiten können, wie das die Grossen können, aber es hilft dir, Neues zu sehen, es hilft dir, Neues zu lernen und es hilft dir vielleicht auch, dein Leben optimaler zu gestalten. Jeder kleiner finanzieller Zustupf sorgt irgendwo an einem anderen Punkt zu einer Entlastung. Also bleib daran, zeige Durchhaltewillen und denk daran, Qualität kommt vor Quantität und versuch von Video zu Video auch an dir selbst zu wachsen, denn jeder von uns will sich ja weiterentwickeln. Damit sind wir am Ende von Teil 10 angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, ein Kommentar und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal mit Blokke. Danke dir!